Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Katrin von 9999 Dinge. Ich möchte mit euch basteln und ich habe die Serie angefangen, gestalte eine Gutscheinhalterkarte in verschiedenen Varianten und ich habe mittlerweile schon zwei gestaltet. Das war die allererste und bei dieser Anleitung zeige ich euch auch, wie ihr das Grundgerüst euch anfertigt. Also wer das jetzt nachbasteln möchte, der klickt jetzt da oben aufs i, wo er diese Anleitung sieht und da wird euch in der ersten Hälfte des Videos gezeigt, wie ihr das basteln könnt. Wenn ihr fertig habt, kommt ihr wieder zurück und dann basteln wir die nächste Variante zusammen. Und was brauche ich? Ja, ich habe mir gedacht, ja bei uns sind schon Ferien in Thüringen, von daher, ja die Einschulung dauert nicht mehr lange und von daher könnte man ja auch was für die Einschulung mal basteln. Und so habe ich gedacht, mache ich das Ganze mal mit dem Gutscheinhalter und was braucht ihr dafür? Man braucht natürlich nachher den Gutschein, der ist nur jetzt zur Attrappe da, da ist nichts mehr drauf. Ihr braucht die Grundausstattung, Schere, Bleistift, Lineal, doppelseitiges Klebeband in verschiedenen Größen und hier habe ich heute nochmal so ein Foam, wie heißt das? Foam Tape, glaube ich, was so ein bisschen höher ist. Das Ganze wird ein bisschen verspielter, weil es einfach zur Einschulung genommen werden soll und das ist jetzt mein Grundgerüst, mein Gutscheinhalter, so sieht der aus. Ich habe dafür ganz normalen Cardstock genommen und habe den mir dann halt schon fertig gemacht und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich machen? Ich habe mir dafür diesen Block wieder geholt, der ist vom Action und zwar habe ich mir, na, wo ist es? Einen Platten müsste ich doch noch haben. Dieses rausgesucht mit Herzchen, dachte ich, passt einfach auch so zu Kindern und vom Farbton her habe ich diesen gewählt aus folgendem Grund, weil ich das gefunden habe und zwar sind das 3D-Stanzbögen von Ideen mit Herz in Eulenform und hier hatte ich diese Eule noch und zwar mit ABC und da dachte ich mir, passt perfekt, von daher habe ich dann diesen Farbton genommen und habe mir dann schon alles zurechtgeschnitten und ich habe hierfür zwei solche Blätter benötigt und ich zeige euch mal, was Rest war. Zu viel Rest. Kein Verschnitt, nichts, also A5-Blätter eignen sich dafür perfekt, da habt ihr kaum Verschnitt. So, die habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Ihr braucht ein Eckenabrunder, einfach weil ich das mit runden Ecken schöner finde und deswegen habe ich das auch abgerundet. So, was braucht ihr noch? Ich habe mir jetzt mal diese ABC-Sticker hingelegt und Zahlen. Äh, ABC-Sticker, ABC-Buchstaben und die Zahlen, so ist es richtig. Muss ich mal gucken, ob das auf den Blättern harmoniert oder ob ich dann das vielleicht ganz weglasse, weiß ich noch nicht. Ich habe mir jetzt mal hier herzlichen Glückwunsch als Relief-Sticker hingelegt, einfach weil hier Orange mit drin ist und ich hier mir nochmal Schleifchen hingelegt habe in Orange. Äh, vielleicht kann man das irgendwie dann mal gucken. Muss ich dann sehen, wenn ich es gebastelt habe oder zusammengefügt habe und Orange, weiß ich nicht, könnte man für Junge nehmen? Ja, könnte man, Justin, mein Sohn mag ja auch Orange. So, dann habe ich ein Bändchen, dann habe ich einen Holztag, einen schönen, großen. Den könnte man sich jetzt noch bunt machen. Ich will es aber einfach mal probieren, wie das aussieht. Ich hätte jetzt hier auch diese Gelatos, da hätte ich die mir vielleicht auch vorher so ein bisschen einschmieren können. Vielleicht mache ich es noch, ich weiß es noch nicht. Natürlich dann in Orange oder was Ähnlichem. Und ich brauche dann noch selbstklebendes Klettband. Und zwar habe ich dann nämlich diese kleinen, hier dieser, damit ich das Ganze auf und zu machen kann. Weil hier habe ich eine Banderole gemacht und ich wollte einfach jetzt mal ohne Banderole machen. Das ist das, was ich jetzt benötige. Und jetzt schauen wir mal, ob da was ordentliches bei rauskommt. Der erste, beziehungsweise zweite Schritt wird sein, diese hier auf meinem Papier aufzubringen. Und bevor ich das mache, möchte ich aber den Tag schon mal befestigen. Einfach, dass der mit dem Papier festklebt. Und ich muss mir jetzt Gedanken machen, wo mache ich den fest? Jetzt muss ich überlegen. So, so. Und das Ganze machen wir hier. Hier rein oder hier rein? Ich würde es hier rein machen. So, und jetzt fange ich an, alle Papiere auf ihre Stellen zu kleben. Hier, 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 hier und auf der Rückseite das gleiche Spiel. Einfach doppelseitiges Klebeband, links, rechts, rechts, oben, unten. So, was ich vor lauter Kleben vergessen habe, so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Und jetzt, dass ich ja hier einen Schlitz brauche für meinen Gutschein, das mache ich eigentlich immer, bevor ich das Ganze aufklebe. Und dafür mache ich mir einen Schlitz, der 9 cm lang ist. Manche machen auch komplett das hier weg. Ich mache das nicht, weil der ja sonst links oder rechts rausrutschen kann. Und hier kann man nämlich jetzt den Gutschein dann reinstecken. So, wie gesagt, immer erst machen, bevor ihr das Papier aufklebt. Ich war aber durch hier das so abgelenkt, dass ich das ein bisschen verschwitzt habe. So, ja, ich will den so aufmachen. Zack, 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 zack. So wollte ich es nicht machen. Okay. Und warum will ich das so machen? Weil jetzt der nächste Schritt kommt. Hier habe ich meinen 3D-Stanzbogen. Obwohl, der hätte sogar gepasst. Ne, sieht aber blöd aus. Und den möchte ich nämlich hier drauf bringen dann. So, so. Und das Ganze mit dem Klettverschluss aufmachen. Ja, so funktioniert das. So, da kann ich ja auch meinen Klettverschluss schon mal anbringen. Und wenn man den Kleber ab hat, dann macht man sich die eine Seite hier dran. So. Und macht das einmal zu. Drückt das schön fest. Und jetzt geht das schön auf und zu. Ich denke, immer hier ist was. Das ist aber das Papier. Das hat manchmal, das sieht aus, als würden da Kaffeeflecken werden. So, sehr schön. Das wäre fertig. Hier nehme ich jetzt mein dickes Band. Und bringe diese 3 Schichten übereinander. Die unterste Schicht. So. Ja. Viele sagen sich jetzt vielleicht, wieso machst du das nicht so? Man muss ja nicht alles immer so machen, wie es normal ist. Ich will das halt heute mal so haben. So wäre es natürlich optimal. Aber da ist dieser, ja, wirkt überhaupt nicht. Und jetzt mache ich das Ganze. Hier dran. Ich habe dafür hinten schon 3 so doppelseitiges Klebeband dran gemacht. Das habe ich freigelassen, weil das ja drüber steht. Und jetzt bringe ich das Ganze auf. Und jetzt habe ich mir ja die herzlichen Glückwunsch Relief Sticker. ausgesucht. Die könnte ich sogar hier draufkleben. Dann machen wir auf die eine Seite herzlichen Glückwunsch. Herzlichen, nicht herzlichen Glückwunsch. Und zwar direkt auf das Papier. So, da hätten wir die schon verarbeitet. Und jetzt habe ich ja hier noch meine Schleifchen. Da könnte ich ja theoretisch... Relief Sticker sind glaube ich, habe ich glaube ich bei Ideen mit Herz gekauft. Ideen mit Herz. Ähm, wie heißt der Laden? Komme ich jetzt nicht drauf. Wie heißt denn der Laden, wo ich die gekauft habe? McGuides. Und die habe ich vom Action. So, da sind nämlich so schöne Klebepunkte dran. Und das habe ich mir vorhin schon gedacht. Das kann ich nämlich hier schön bei den Knoten dran kleben. Aber weil das nur so ein kleiner ist, nehme ich mir zur Sicherheit noch so doppelseitiges Klebeband. Mach das hinten hier an die Schleifchen dran. Und befestige das dann auch nochmal auf dem Holz. So, ihr braucht mir jetzt gar nicht mit zu viel und zu verspielt kommen. Es soll ein Kind bekommen, was in die erste Klasse kommt. Und was machen Kinder? Die freuen sich, wenn alles schön bunt, schleifig und so weiter ist. Hier mache ich dasselbe Spiel hinten mit dem Klebeband. Und dann mache ich hinten dran nämlich gar nichts. Seht ihr, hier ist das nämlich schon abgegangen. Hinten auf die Rückseite mache ich jetzt gar nichts, weil sich ja wirklich alles vorne abspielt. Das sieht echt so niedlich aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin manchmal selber immer so erstaunt, was dann doch rauskommt. So, das sieht ja noch total langweilig aus. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich hier vergessen habe, das vorher abzuschneiden. Ich hatte nämlich Angst, ich komme aufs Motivpapier und habe da nicht richtig geschnitten. Und jetzt sieht das so ein bisschen gefranst aus. Aber nun gut, so ist das nun mal. So, jetzt muss ich mir überlegen, mache ich wirklich die Sticker dahin? Aber ich glaube schon, das könnte... Nee, jetzt habe ich ja noch eine viel bessere Idee. Das wird somit verschenkt. Das wäre so eine wunderbare Geschenkidee. Und zwar nimmt man sich den ganzen Stickerbogen, macht hier hinten einmal doppelseitiges Klebeband dran und hier ziehe ich das ab. Zack. Und zack. Und dann klebt man das hier drauf. Und schon ist das Problem gelöst. Schulkinder haben eh immer gerne Sticker. Und das andere, genau, mache ich auch noch. Das klebe ich jetzt auch drauf, weil ich vermute mal, dass meine Mama bestimmt eh jemanden hat, wo sie es ja was für Schuleinführung schenken will oder muss. Von daher mache ich das jetzt einfach und dann bekommt sie das nämlich von mir. Und dann kann sie das verschenken. So. Und so. Und da kommen die Zahlen drauf. Na, das ist doch mal eine tolle Idee. Oder? Was sagt ihr? So. Fertig ist der Gutschein. Aufmachen. Aufmachen. Hier sind Sticker, was das Kind benutzen könnte. Ja, man kann übertreiben. Man könnte hier den Namen noch reinmachen und so weiter. Das Papier hätte ich andersrum machen können, aber ich hatte den Gedanken erst später. Und hier könnte man theoretisch ja auch, wenn man jetzt zur Schuleinführung 5 Euro ans Nachbarkind oder so verschenken möchte, kann man ganz genau auch den 5-Euro-Schein hier reinstecken. Ne? Also, finde ich echt cool. Finde ich echt toll. Die ich schon gebastelt habe, werde ich euch unten verlinken. Und es geht noch weiter. Ich habe vor, 10-12 Stück verschiedene Varianten zu basteln. Also, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich versuche auch mal, nicht so verspielt vielleicht zu sein. Aber so bin ich nun mal. Und ja, guck mal mal, was bei rauskommt. Wenn ihr auch gespannt seid, dann schalte die nächsten Tage wieder ein. Und dann verabschiede ich mich. Habt einen tollen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und dann bis bald. Eure Katrin. Tschüss. 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 Tschüss.